Musik Ich habe ihn noch an Bord. Das war's für heute. 1, 2, 1, 2, 1 Ja gut Daniel muss heute viel einstecken, ey. Daniel. Geist. Schön. Verräumt werden, Beste. David Chase, David Chase, David Chase. Ja, 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 komm, David. Komm runter, runter, David, komm, 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 drüber weg, drüber weg, drüber weg. Auf, auf, auf! Wieder hinten, keiner. Wieder hinten, keiner. Raus! Komm, ein bisschen, wir gehen rein. Komm, ein bisschen, Junge. Ja! Das ist noch ein bisschen schön. Sauber, Koppi! Und Leike! Und Leike! Ja! Und wieder rechts! Das ist ein Rack! Hey! Was? Ja! Nee, 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 nee! Anders, warum? Iris, Iris, Iris! Iris, Iris, Iris! Daniel! Der geschenkte Lieder! Okay, äh, Sveni, will Sveni. Sveni! Sveni! Sveni, komm her! Sveni, komm her! Komm, Rosi! Attacke los! Komm, wir holen uns wieder die Gasse! Ja, toll! Ja, toll! Super, Frau! Super, Frau! Sven Erstrach! Wo spielt ihr? Fünf! Wechsel! Hallo, Rapi! Ja! Und Wechsel! Ha! Halt her, Halt her! Ja, Mami! Umdrehen! Umdrehen, umdrehen! Oh, geiles Dekontill. Noch fünf Minuten, um zur Arbeit zu kommen. Das ist fesselt, ne? Ich lass doch mal arbeiten, ne? Alles gut. Ich lass doch mal arbeiten, ne? Komm mal an den, das war gut. Ich schwöre, hier oben ist Prämium zu sitzen, Alter. Ich freu mich jetzt auch noch Schatten, ne? Hoch, hoch! Und runter, fett geht's! Hoch, hoch! 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 Hoch! Hoch, hoch! Komm, 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 weiter, weiter! Ja! Komm, Janne! Komm, weiter, weiter, weiter! Komm, Janne! Ich kenne dich, Janne! Komm, weiter, weiter! Komm, weiter, weiter! Ja, ich kriege ein T-Shirt. Berlin live! Grouch! Thomas Tief! Nein! Niemals links! Tief! Set! Wait! Warte! 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 Wie nach oben! Weren Eternas starten mit Österreich. Ja, oder? Wir mussten zu volunteerschen nehmen dafür. Warte! 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 Werter Schwanberger wird gespielt! Warte! Geil! Jonas! Jonas! Anje! Anje! Sauber, Männer! Sauber, Chuck! Eine neunte Spielminute der zweiten Healtzeit von hier. David Schoack und die erholt durch die Nummer fünf den Yankee-yosek im Spielstand 19.015. Ich hab nochEserve. Komm her, komm her, komm her, komm her! Komm her, komm her, komm her! Verstattung! Zeit zum Disco! Zeit! Räike, ganz, ganz! Sieh da, sieh da, genau! Ja! Rüber, rüber! Komm her, weiter! Komm her, aufbauen! Tempo runter, genau! Sehr gut, Michel! Was hast du denn, was hast du? Wo ist jetzt ein Meter? Alter! Oh, vorbei! Mit dem Ball! Weiter geht's! Vorteil! Auf tritt! Alter, 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 alter! Weiter, weiter! Seite! Ist... Ufer! Auf zumal! Auf zumal! Na, auf dem Ball! Ja, ja! 11 006hнем, auf Berlin! Wo ist jetzt hier denn? Wir glauben jetzt einen kleinen Kindern? Scheiße! Na! Ja! Ja! Na! Ja! Stellung, Stellung, Stellung! Pass auf, pass auf! Pass auf, pass auf! Pass auf, pass auf! Bleib ruhig, bleib ruhig! Achieve! Pass auf, pass auf! 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 Jonas! Komm Jonas, komm Jonas! Gegen! Sauber gehen! Jawohl! Sauber, sauber! Litt da rein! Abruf! Oh, wo kommt der denn her? Das kann nicht sein, das kann nicht sein! Ja, ich würde mich gerendet, das kann nicht sein! Meiki bleiben, Meiki schieben! Auf, Falko! Ja! 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 19-20. Wann ist das zweite Halter losgegangen? Sehr gut! Taro geguckt, oder? Boah! Boah! Das ist doch genug Zeit! Ja! 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 Die Gäste aus Heidelberg bis die Nummer 21 Robert Hase und die Erhöhung bis die Nummer 10 Fabian Heimlich zum Spielstand 19 zu 22. Die Gäste aus Heidelberg bis die Nummer 10 Fabian Heimlich zum Spielstand 19 zu 23. Die Gäste aus Heidelberg bis die Nummer 10 Fabian Heimlich zum Spielstand 19 zu 23. Der Gäste aus Heidelberg bis die Nummer 10 Fabian Heimlich zum Spielstand 19 zu 23. Ruhig, gut passier. Das ganze Spiel, okay, aber jetzt setzt man, ey, ich bin da immer zufrieden. So, ein anderer dabei. So, mein Tipp vom Zeug, hab ich heute Morgen abgefragt. Oh, mein Tipp, sind Sie da? Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Da geht's, unser Ball, unser Ball, komm. Schnell auf, meine Freunde, fänden Sie da vorne. Ja, meine Damen und Herren, der Spielzeit bleibt weiter, 19 zu 23. Ich hab heute aufgearbeitet. Ich hab zwei Mann im Jahr bis zum Samstag gearbeitet. Der Volkswagen, und jetzt zu der Wetter, der läuft. Auf geht's Müller, komm, Nico. Bravo! Danke, Fico! Ist das ein Wolle? Vielen Dank! Mike hat der Hype! Komm, komm, komm! Oh, ein bisschen Schoki! Ich gehe jeden Tag einkaufen! Ich kann das nicht rumlassen! Ich habe keinen Verlangen danach, aber wenn sie da ist, ist es gut. Das ist einfach so ein Problem! Okay, weiter geht's, Jungs! Komm, komm, komm! 23. Bestimmte der zweiten Halbzeit, erfolgreicher Strafzieht, unsere Gäste aus Heidelberg, zog durch die Nummer 10, Fabian Heifel, zum Spielstand 19 zu 25. Komm, komm, komm! 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 Das kenne ich, das kenne ich! Der ist gut, der ist gut! Komm, komm! Oh, raus, raus, raus! Jetzt sind wir vorne wieder, jetzt müssen wir wieder arbeiten. Ja, aber die beiden Stürmer, die das hätte ich dir verlaufen haben, sagen keinem zu können. Ja, das ist mal, das ist mal, ja. Wie viel weiter jetzt? Ja, das ist mal, da ist keiner. Komm, spiel, spiel!